Hallihallo liebe Leute und herzlich Willkommen wiedermals zu Rainbow Six Siege Wanked und zwar mit dem Amtron Let's Play. Yo moin. Wir haben Oregon gezogen und ich weiß einfach nicht, wem ich hier nehmen soll. Ich glaube ich nehme einfach mal Termite mit. Die sind halt häufig unten, spawner in Baustelle. Unser altes Team. Ich bin auf Baustelle. Ja, ist wirklich schon ein sehr langes Team. Bloß dass wir einen Afkala dabei haben. Aber wir haben zwei, also wir sind wahrscheinlich zwei Zweier-Trupps und ein Random, wirklich. Der Random ist sogar Afkala. Ich sehe es nämlich. Kart, Kart, Mario, Luigi. Ich will ja nichts behaupten, aber ich glaube die Zweitkonsole von denen ist die Nintendo. Wäre eine Behauptung von mir. Kann ich mir vorstellen. Weil die haben Nintendo DS oder so was. Oder eine Switch. Ja gut, ist ja Tropfen im Nintendo. Die sind auf jeden Fall nicht Speise. Die sind unten. Toller. Ja, ich glaube ich habe es gut und, ne, Smoke und, ne, Mute. Gut, okay schon. Back to the Super. Let's Operator take Pulse. Warte. Der, den Gefallgutbrater habe ich gescannt, ne? Oh, äh, ja, ja, ist aufgedeckt. Okay, das schon nicht, ich habe nicht gewusst. Der Rekrut ist auf jeden Fall wieder da, er stört alle spawnen Baustelle, wie es aussieht. Bis auf Ash, ist auch nicht schlimm. Dann gehe ich zur Straße. Nein, ich brauche dich da. Ich gehe zum Schrottprozess, zur Ash-Gehlchen. Hammer wäre, wenn du das jetzt denkst. Links rum, hey, links rum, Miguel, links, hey, hier unten. Okay, geh hoch. Nein, nein, doch das darf, dass du da lang willst. Twitch ist vorgefahren. Okay, machen wir was. Okay, es scheint keiner zu sein. Du hast keine Sprengmatten, oder? Nein, nein. Nein. Gut, wie kommen wir jetzt da rein? Nur von da aus, natürlich. Pulse könnte hinterlaufen, oder? Oder, ne? Oh, Mann. Alter, diese Twitch, ne? Oh, hier steht die Mäzungsanlage. Beschiff mal kurz die Twitch. Frostfalle. Wir müssen es nur hier reinschaffen, neben mir. Frostfalle weg. Werfen wir hier drin Setscher bei mir. Ich brauche da eine Setscher. Nein, nicht da. Hier. Ja, danke. Hier, ein aktives Instrumster. Twitch ist da und hinter uns. Raus, den Sprengbereich. Ich brauche da, weil die gepusht hat. So wie er ist. Du warst so vollidioten. Von hinten. Valkyrie habe ich. Ja, egal. Ah, ne. Valkyrie habe ich gar nicht. Oh, fuck. Der Pulitzer ist hinter uns. Ich habe den langen Gang hier. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Ich habe den bei Clay Monster. Ich auch. Aber. Sehr starker Angriff. Ehrlich mal. Ah, der wäre noch in die Clay Monster gerannt. Aber in deine. Das war stark Verteidigung. Äh, Verteidigung. Starker Angriff. Außer diese drei anderen da war es relativ gut. Ja, das Schlimme war, dass der, ich meine, Luigi sogar mir die Deckung genommen hatte. Ich wollte in den Nebenraum und halt das, was ich mit Termite gemacht habe, ebenso machen. Aber er hat eine Barrikade aufgemacht, was natürlich auch dafür sorgt, dass sie Bescheid wissen, wo wir sind, ne. Hm. Fand ich nicht so toll. Aber gut, die scheinen ein bisschen schießen zu können, also. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wir haben keinen getötet, oder? Ich habe, ich habe zwei gekillt. Zwei haben die. Puls musste sich geschlagen geben. Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Ich brauche jemanden, der den Droper zumacht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Die Wand ist beschäftigt! Darf ich da mal lang? Danke. Jetzt bleibt der Droper auf, oder was? Entstand. Ne, da ist noch einer. Ja, der macht ihn. Machst du den Zug? Nein. Aber warum? Slow, komm. Bennett hat auch nur eine Wand elektrisiert. Finde ich auch super. Warum müssen wir wieder mit so Vollfasten spielen, ne? Ja, ist jetzt auch zu spät. Ich darf mal verraten. Egal, ich mache hier dann einfach eine Postvolle. Ja. Du hast so ein Schild platziert, oder? Ja, gut. Da bleib ich hier auf der Treppe. Du weißt ja, die können die Decke dann noch kaputt machen. Genau, deshalb bin ich ja hier. Weil ich das ja direkt reagiere da. Du hast dich letztes Mal etwas langsam angestellt dabei. Wir waren zu zweit. Außerdem war das ein Blackbeard. Ja, das geht man ja auch nicht in Gunfighter Fleet, Mann. Ich habe ja nicht gesehen, dass es ein Blackbeard wird. Haben Sie, Herr Tatscha? Ein Tatscha, so wie viele sagen. Ein Tatscha. Der Tatscha regelt das. Also durch so nur keine Strebe. Hier sind ja diese Eisenstangen bei mir. Also durch so eine Strebe jemanden erschießen. Ich glaube, aber da ist keine Hitbox. Also, dass die Stange das abfängt. Äh, von da kam einer? Okay. Ein Gegner verbleiben. Stark. Kommt von unten rein. Oder? Ja, es kommt bei mir Treppe. Die wollen ja den jetzt alle pushen. Schlimm. Lassen kommen. Der ist bestimmt ganz oben. Der ist noch draußen, glaube ich. Naja, der war schon nicht mehr. Aber ich spiele safe. Also, gut. Ich habe jetzt sowieso überlegt, warum sollte ich da jetzt pushen gehen? Ganz im Ernst. Ja. Das würde ich sagen. Das hätte nämlich auch schief gehen können mit dem jetzt. Ja. Dann wären wir nur noch zu zweit gewesen. Naja, wir wären zu dritt gewesen. Aber, das ist schon mal die Chance schlechter, ne? Aber ich glaube, der hat da auch Clemens dabei, sonst hat er den Tropper aufgemacht. Ja. Ich nehme aber nochmal mit. Die Chance ist halt hoch, dass sie doch unten sind wieder. Ausstelle? Ja, gut. Ja, die haben dann da verloren, ne? Ja, aber die sind nur noch zu viert. Ach, kann nicht verstehen. Finde ich richtig schlimm. Immer, wenn ich irgendwie Ranked spiele, entweder spiele ich irgendwann nur noch mal. Ich habe heute einen Dreier-Squad. Oder die Gegner gehen auch runter von 4, 3 und so. Wo ich mir dann denke, alter, da freut man sich nicht über einen Sieg. Ja, das stimmt. Aber wenn ich gegen drei Leute Ranked spiele, ne? Mit einem eingesponnenen Team, da kann ich mich nicht freuen, wenn ich gewinne. Ja. Ich meine, ist halt, ist wohl gut, aber irgendwie ist halt unfair. Bringt Punkte und Rang, aber trotzdem. Und sind nicht unten. Sind im Haupt... Ach Gott, ja. Ja, hier sind sie. Was, wie heißt das? Halle, da, ne? Die große Halle. Ach, ne, oben schlachzumachen. Ich wollte Hauptschlachzumachen sagen, aber... Ja, dann würde ich sagen, machen wir auch wieder diesen... Ein Tunnel, den wir mal gemacht hatten hier auf, oder? Mhm. Einsatz in fünf Sekunden. Das heißt, gleich den gelben Turm hoch und dann rein. Weiter zum Standort des Bio-Gefahren-Gutbehälters. Die haben halt noch eine Cavera, ne? Und der eine ist nachgejoint. Bestimmt Internet. Kann sein. Aber ich bin wieder verlassen. Ja, ich denke mal, dass es Internet ist. Möglich. Äh, ich habe da oben bisher keinen gesehen. Hieran. Ich sehe keinen. Claymore geplantet. Und hier wieder aufmachen. Ja, du darfst da nicht von oben runterspringen. Du musst immer dieses eine, äh, den alten Balken annehmen. Ja, ich fahre auf den Holzbalken. Achso. Bist runtergerutscht wahrscheinlich. Mach da mal auf. Ah, du hast keine Sprengmatten. Achtung, Explosion! Nein, 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 nein. Hier ist dein Fenster. Ja, aber dann kommen wir da nicht mehr rein. Ja, vorsichtig. Äh, unsere Position, ne? Ja, deswegen. Die Oster. Ich gehe einfach mal angreifen. Das ist scheiß gelaufen. Ja. Guck mal, wir mussten nichts machen. Aber ab und zu sind die Sprengmatten doch nicht falsch. Ja. Aber der Kartluigi, 9 Kills, ich muss sagen. Das hat der für ein... Ach, Level kann ich gar nicht sehen. Der hat 240. Darum ist das 22. Entweder ist das Fake-Account oder der hat einfach durch die Leitung einen Riesenvorteil. Kann nicht passieren, ne? Ja, ja, ja. Schlafsäle, warum? Nenn das woanders. Ich weiß ja. Ich bin auch... Besondereshalle. Kann man machen. Also ich finde das ein bisschen sehr dämlich von... Äh... Beziehungsweise... Der hat ja so einen hohen Bingen, da kann das schon mal sein, dass der einen Vorteil hat beim Schießen, ne? Hm. Dass er halt dieser Gegner zuerst, weil die eine bessere Leitung haben. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Den Raum sicher. Stacheldraht wird aufgelegt. Keine Sorge, der Kamm hat. Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Aufgelegt. Gut. Aber hier sind meine Mutes so schnell weg. Ich muss gleich mal gucken, was Bandit alles mit seiner Ladung macht. Hm. Die Schanke sind halt auch hoch, dass die diesmal von oben kommen. Richtig. Da hast du nur recht. Ja gut, hat auch schon alles gerecht. Du bleibst da oben, oder? Ne, ich hab nur meine Matten da kapiert. Okay. Hätte ich eine Shotgun, würde ich sogar die Drop eröffnen. Hast du noch eine Wand? Zwei. Zwei? Dann komm mal her, mach da mal noch zu. Bin ich gerne. Ne, eine nur. Ist okay, hier. Mach da mal im Zubo. Du kannst nach vorne nicht lang auf. Nichts. Ah. Alter. Alter, hier. Der anderen Seite ist auch offen. Ja. Mir ist hier wichtiger, weil hier ein Schrank als Deckung dient. Warum haben die denn die Wände nicht platziert? Oder haben die oben alles? Keine Ahnung. Also, Smoke rennt oben. Wie beim Schild. Beim Kontakt. Kommt von oben auf. Ja, ich hab hier oben so ein bisschen. Twitch. Im Raum. Twitch. Habe ich. Könnten Termite oder so dabei haben, wenn sie sich absprechen, ne? Es existieren nur noch zwei Camps. Alter, die sind richtig am Ruhm. Ja gut, kann man hier machen, weil man halt wirklich die Eingänge damit zumachen kann. Also, bei mir pfeift der Wind. Der Smoke ist tot. Das heißt, oben war einer. Ja, jetzt geht's ab. Okay. Schön. Drei gegen uns beide. Ja. Und mich noch Glück habe. Dieser Moment, wenn du konzentriert bist und alles anfängt zu hier um. Hat oben aufgemacht. Ja. Ja, oben. Oh Mann. Ich weiß nicht, wenn die ganze Zeit sich so bewegt, ne? Wenn die liegt. Ich kann hier den Eingang halbwegs zu machen. Sie müssen ja jetzt bald. Lucke. Sie müssen das Citroën Yerster schießen. Schild. Da guck ich. Hat mich einer. Vom Schild aus. Von, ja von dir, ja. Oh nein, ich hatte die. Oh, verflucht. Oh Mann. Das blödgelaufen. Pass ist, wenn man was im Oga hat, Alter. Einmal alle Gegner und ich dachte halt, dass ich von da, wo ich stand, safe bin. Ich wusste nicht, dass der bei dir über das Schild locken kann. Ich dachte, du hast da einen Peak. Ja, da hatte ich ja einen Peak, aber, ne? Man kann ja von da aus ja noch ein paar Sachen sehen. Ähm. Egal. Angriffe haben sie verloren. Ja, die machen wir einfach nochmal. Ich kann nicht unbedingt eine markulose Runde sein. Oh Mann, ey. Scheiße, dann habe ich nicht mal einen Kill? Nein. Ich habe den nur gedowned. Oh Mann. Oh. Der Kostfalle. Ne, ich meine, ich habe den anderen auch. Ne, ne, ne. Der war nicht da. Klar. Nein. Nein, der ist wieder aufgestanden. Das war Smoke. Der hat sich bloß hingelegt. Ich habe es in der Verholung gesehen. Ich habe es gesehen. Der hat sich nur hingelegt, ist aufgestanden und hat weiter geschossen. Der war nicht da und der ist bloß zeitgleich, der hat sich hingelegt, die sind oben oder unten, unten, der hat sich bloß zeitgleich hingelegt, als du, äh, Willkommens-Matte-Artist. Das ist fast gleichzeitig passiert. Jetzt haben wir Mut. Ja, ich frage mich noch, wer der letzte Operator ist. Könnte, na, First vielleicht. Wir haben die Nuke zugemacht. Und die, äh, den Boden gemutet. Den Tropper kann keiner aufmachen. Das ist ja nur ein bisschen, Setscher. Aber von da will ich eh nicht angreifen. Ich gehe wieder Baustelle. Ich brauche hier den Kärn. Warte, da liegt Schlachteldraht. Da aimt wahrscheinlich Puls ab. Die hätten schon mal eine Barrikade platzt. Äh, Smoke ist da. Mach mal Platz, ja. Ich glaube, das ist versteckt, oder? Er ist rechts. Hast du noch eine Camp, die fahren kann? Ja. Lass, 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 lass. Hab ich. Gut. Kannst du mal mit einer Camp mir da links rein drohen? Da ist ja sogar ein Loch direkt rein da und... Ja, mache ich. Auf der Fluch. Oh, Bandit. Ja, kann noch nicht. Tschöch jetzt. Hier ist niemand so. Da ist Bandit. Angehittet. Ganz in den Raum rein. Kann ich nicht, weil Bandit da Bandit. Nein, nein, du kann... Hab mich von hinten. Ich kann da ja nicht... Wenn ich da aufmache, hab ich eine Bandit... Äh, meine Termite-Leitung verschwendet. Der ist rechts gewesen. Ash kommt von der anderen Seite. Der liegt da irgendwo. Oh, Lack fast. Oh, fuck! Fast. Der ist mega low, oder? Ja. Boah, da hab ich keinen Bock mehr. Oh, scheiße. Da haben wir nur als coolige Team-Mates. Die will den auch nix holen. Ja, gut, die... Ash macht das fast vernünftig. Ich würde aber die Erschlagung als komplette Ablenkung nutzen und einfach die Treppe nehmen. Ah, gut. Der Hemdter ab, der ist aber auch low. Fast verloren. Ja. Alter, kann er jetzt irgendein Weg machen? Will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Das ist verschrecklich. Okay, ähm... Ja, Matchball, wir können wieder runter, oder? Ne, können wir gar nicht, schade. Dann würde ich... Wir haben die ganze Zeit schon Matchball. Ja, ich hatte das... Ich hatte das mal, dass es beim Matchball schon wieder war, dass jemand runter konnte. Hatte ich mit Alex mal. Aber jetzt scheint er ein Back gewesen zu sein. Alter, ich wollte ehrlich Hauptschlafsäle. Du auch. Lappen. Ja, wir können doch nicht nach unten. Speisesaal wollte ich. Na, da waren wir verloren. Hä, nein. Wir hatten, äh... Dings, Halle. Genau, Speisesaal ist der kleinere Raum. Oh, jetzt stellt er sich dahin, ne? Ganz im Ernst. Alter, der stellt sich dahin, wo ich ihm die 20 killen würde. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Bei mir. Alter, die haben keine Wände gesetzt, oder? Ja. Komm, bei mir. Ja, bei mir auch. Oh, hat er mich? Ah. Wer war Sledge? Ja, war dumm von mir. Alle Twitch-Drohne sind im Mute drin. Oh, der Bandit, ey. Ja, der ist scheiße. Die könnte ich überall treffen, wenn du da stehen bleibst. Ich weiß. Pass auf, scheiße, diesmal. Wo bist du? Äh, von links kann Sledge kommen, ne? Pass auf. Ich weiß. Der kann da aufmachen. Rechts diese orange Wand. Ich weiß. Letzte Twitch, die andere stand im Mute. Ja. Oh, verflug, manches AIM. Ja, ist auch klar. Nicht pushen, wenn da Rauch ist, oder so. Die sind da drin, ja. Du könntest da rechts durch die Wand schießen. Da. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Die Gegner von der sicheren sich für Juge-Farbrüche. Der Gegner versucht, mehr den Behälter zu sichern. Weiter auf die Juge-Farbrüche. Nein. Hör, warum hat er nicht? Draußen noch getroffen. Aber du hast... Der hat das in Jäger geschickt. Sieg ist Sieg, Junge. Sehr schön. Mann, ist das eine scheiß Runde gewesen. Du hast sogar noch einen Kill bekommen. Ja. Das geht durch. War nicht die beste Runde zugegeben, aber es geht trotzdem durch. Die allererste Runde war extrem nice. Also, das war geil. Ich bin aufgestiegen. Ich bin wieder Silber. Und der Pack-Dreh. Da haben wir hier noch ein paar Punkte. Bis zu Gold 2. Und es war kein Alpha-Pack. Kein Pack. Ich habe auch keins. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.